hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen let's play von mir und zwar dieses mal endlich aus dem langer sehnten ls22 der am 22. november erschienen ist und jo dann würde ich sagen wir starten auf der ehrengrad durch jetzt will ich einmal einen hof bauen in der timelapse ich hoffe es gefällt euch wenn ja dann lasst doch gerne eine bewertung da schreibt eure meinung zum hof in den kommentaren und dann sehen wir uns im nächsten video wieder bis dahin schönes video so 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 so